Servus, hier sind Jessi und Manja von Stars & Teens. Das Oktoberfest 2020 fällt leider aus, aber wir haben uns gedacht, wir lassen es virtuell aufleben. Denn Tradition soll weiterleben. Wir haben leider kein Giffers und auch keine Kapelle. Aber wir haben ein wunderschönes Dirndl und auch die Lederhosen ist dabei. Wir starten heute, dem 19. September um 12 Uhr, unser persönliches Oktoberfest. Natürlich mit dem offiziellen Startsignal. Hier kommt der Countdown. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, zappt es! Oh, zappt es! Natürlich feiern wir das Oktoberfest nicht alleine. Wir haben im Vorfeld mehrere Künstler angeschrieben, die ihren Beitrag uns zugesandelt haben. Und diesen Beitrag geht es um eine lustige Challenge. Ja, das Motto ist, die Tradition soll weiterleben. Präsentiert euch in eurer Tracht, musiziert etwas und erzählt eure lustigsten Oktoberfestgeschichten oder das, was euch am meisten an Erinnerung geblieben ist. Und als letztes nominiert ihr noch zwei Freunde oder Kollegen. Wir nominieren natürlich jetzt auch noch zwei Künstler. Das Musizieren ersparen wir euch. Und unsere Oktoberfestgeschichte erzählen wir euch in den nächsten Tagen. Also bleibt unbedingt dran. Wir nominieren jetzt aber zwei Künstler. Und zwar als erstes Melodie Müller und den Badetreiber aus der Nosterstadt. Auf die Plätze! Fertig! Los! Morgen lassen wir dem Fernsehgarten-Team mit ihrer Fernsehgarten-Oktoberfest-Show noch den Vortritt. Aber am Montag beginnen wir mit unserem virtuellen Oktoberfest. Wir sagen... Hold it!